ja so runde 2 für heute beziehungsweise für euch für morgen oder zwei immer noch mit dem schirm komischerweise ich hab noch nicht aufgehört mit dem zu spielen ich bin nicht ja diesmal noch mal single draft ich mach den warlord mach mir den warlord okay das ist blöd ich habe auch nur zwei supporter und wieder to playt irgendwie will man dass ich den spiele aber nein das würde oder soll ich euch nicht machen ja macht er dann nämlich das ruft ja da wäre ich mal die creeps pull nebenbei da hast du mehr fahren mp muss noch passen dass du nicht stirbst ich bin euch im ist das weiß was hat das jetzt mit sterben zu tun du kannst doch sagen eine achtung ich bin schieren das ist für die gleiche aussage also das hat gesagt zwei korea soll ich kaufen nee nicht ganz noch mehr ich dachte zwei reichen aber später jetzt und auch 98 kaufen 98 korea ja was richtig ich nehme erst mal ein der roch im ist ein instabiles gebräu zusammen du weißt wie du ihn spielst oder nicht so nein ihr habt ihr noch nicht gespielt bisher du wirst dich selbst dann das weiß ich schon das wird ziemlich lustig bei dir ist wichtig dass du viele creeps innerhalb kürzester zeit killst weil maximale bonus geld stackt halt das heißt du solltest das immer skirm damit du ganz viel geld brauchst weil du bist extrem item abhängig das spray ist klar was das macht denke ich mal macht dazu eine e und das unstabile concation du weißt was ich meine concation oder wie auch immer du lädst es auf du drückst das und dann zählt das von fünf runter und du musst es dann irgendwann durchschmeißen umso länger du das behältst umso mehr schaden macht und wenn du es zu lange erwartest dann stanzte dich selber kannst dich auch selber töten bei sowas und deswegen dachte ich bin schnitzender so guter hält für dich voll lino hat sich invisibel gemocht so ist er ein doppel l und 4g mein ding draufgekriegt deine ult ist klar da ist schon der erste und du musst dann eigentlich junglen sobald du bis level 6 bist also ich empfehle es zumindest auch mal in den jungle zu gehen und ich habe gerade lags warte mal kurz kurz gucken wieviel fps ne eigentlich nicht oh die macht so viel schaden der silencer mir sowieso mein mana klaut dann kriegt er auch cleveres daher ja nina ist eher so das problem eher so das problem könnte oder was ja das auch ein ak ein arschkind den wollte ich schon immer drauf haben den krass der ist schön jetzt habe ich sonst immer nur von der anderen seite gesehen was ich ihn drauf machte drauf machte gott der deutsche naja das wissen wir ja schon von dir ich weiß ja du weißt du alles du bist glaube ich intelligent intelligent ja genau das auch ok ich glaube ich weiß ich habe so das gefühl dass videos verarbeiten verwandeln und drohte spielen sich nicht gut verträgt variiert habe ich so das war ja aber ich könnte mich da deutlich Ah, ok. Also ich bin am Junglen dann irgendwann, oder? Ja, wenn du keine Form bekommst, musst du auf Level 6 in den Junglen und du bist tot. Jaaaa... Ich dir neide, ich bleib stehen. Ok, daneben nicht. Dann bleib halt nicht stehen. Ah, Silence is a... Aber ich missen Scheiße, mag nicht. Jaaaa... Eigentlich ist er cool. Eigentlich. Wenn man spielen kann, ja. Ist richtig. Ich bin jetzt erstmal Livestil. Livestil? Ja. Ist das in deinem Guide? Ja. Ja. Na gut. Lad ich mir das Offering? Wait, let me stun him. Achso, wait, let me stun him. Oh Gott. Hahaha. Oh Mann. Oh Mann. Der Deutsche heute. Ey, die haben wir fast. Pass auf, das ist... Ja. Ne, wir geben sich wie es ist gegenseitig gekillt. Ich hab so viel Mana, ey. Es macht so Spaß. Ich hab genau Null meinen. Mein Name, ja. Mein Name, ja. Mein Name, mein Name. Ich bin tot. Ich bin tot. Du kannst ja nicht wegwerfen. Wen? Dich. Wie kann ich das wegwerfen? Das blöde... Du musst dann auf den Ehnchen klicken. Du hast dich nicht grad selber gestandet, oder? Ja, doch. Und? ja du musst dann auf den klicken du aktivierst das war das dann würfst du es auf den helden und du bist tot sehe ich das richtig ne sehr sehr schaden sieht nach einer runter aus die wir verlieren wenn ich das mal so bei der wälder umdach dann hätte ich gedacht doch ich müsste wie range das blöden gegen silence und lina das ist echt blöd doch ja doch doch ist blöd alter ist an der attack fick dich was allen sie so stark ganz selber spielen und pass auf von das hat die die krieg mal die krieg mal die krieg mal oh hängst du fest du musst werfen sehr gut er bin schon auf fast und zwar ich gehe weg der tötet mich wenn ich stehen bleibe scheiß lina schlampe was hast du davon Geil! Last hitten wie ein Profi. Also gar nicht. Ich hab 0-0. Ah ne 0-2. 2-1. Ich bin der Fassner überlegen den Arsch jetzt auch noch hochzunehmen. Ja. Mal schauen. Ah, Lino ist wieder da. Fuck. Alter. Was los? Ich komm und bin schon wieder halbtot. Macht echt Spaß. Ja, ne. Geil, ne. Tricky fehlt auch. Dann weiß ich schon, dass ich gleich tot bin. Ja. Faster. Barrier up! Ja, während ein Hinlaufen. Dann bin ich auch gleich los. Well done. Hm. Radiance Structures are beautifully fortified. Nachos Prophet ist da, aber der ist eh voll HP und uns überlegen. Ja. 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 Da kommt Lino. Mach mal schnell das Toe kaputt. Mach mal schnell das Toe kaputt. Dass ihr nicht sehen, dass wir gleich die Lane verlassen. Oder platziger macht einfach uns. Ah, dann fick dich doch. Ah, ne. Das ist Links. Ah, das sind Krieger. Ah, die kriegt man trotzdem. Komm, 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 komm. Ich bin umlaufen. Ich bin umlaufen. Ich bin umlaufen. Ich bin umlaufen. Ist auf der Lane. Ich denke, du musst jetzt mal kurz da alleine gucken. Ich bin umlaufen. Nee, die ist in den ye. Ach, komm. Was ist sie jetzt? Ich bin umlaufen. Warte. Ich dachte, links, den holst du dir aber alleine. Nee, den kriegt er eh nicht. Aber meiner HeavenlyIG hat's wenigstens. Bleist. Ja, mehr oder weniger. Ja, malen. Mein Ult macht mich stärker praktisch, ne? Wenig, ja. Du hast ein bisschen Life-Frake, ein bisschen Attack-Speed und so. Und alles vom übelsten, ne? Ja. Oh ja. Ah ja, das wollte ich mir auch schon immer kaufen. Oh ja. Aber das hatten sie jetzt mal, glaube ich, sogar in Amazon-Angebot. Ich dachte bei Aldi. Ne, Aldi hat ja geschlossen, da ist er beim Krog gefangen. Ja. Weil Amazon in Konkurrenz macht. Genau. Ja. Mit Medium-PCs. Achtung. Arschkeks. Ich verstecke mich, vielleicht passiert ja irgendwas. Im Arschkeks. Los, komm. 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 Wenn er noch näher kommt, dann schließe ich ihn ein und dann machen wir den kaputt. Okay? Okay. Dann ult ich und so, wenn er richtig hart gefickt hat. Äh. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Sehr gut. Ja. Das war der Plan. Den hat's zernagelt. Den hast du genagelt, ja. Ich bin tot. Oh, Ricky. Oh, schade war. Das war jetzt aber Glück. Ey, renn weg, du bist tot. Das weißt du also. Du bist tot. Der portet sich jetzt zu dir gleich. Pass auf, pass auf. Renn weg. Der hol dich sonst. Der holt mich nicht. Mach doch eh Angst. Die Gegner sehen auch, wenn du das Ding drauf hast. Ich glaube. Ja, ich hab mich auch selber georchestern, weil er sich unsicher gemacht hat. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Das ist Ricky. Du bist gerade nicht da. Nee, nee. Ich habe jetzt endlich genug Geld für. Mann, 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 Boots. Nimmst du mir was mit? Nimmst du mir was mit? Mann, 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 Ja, 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 ja. Aber nicht so viel. Es reicht. Es reicht jetzt. Du hast mich. Ah, Lino ist sauber. Oh, D. 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 Das soll er zurückgehen. Hm. Gib mir mal mein Zeug. Danke, ich Dranjul. Brauchst du dein Zeug? Fress. das war jetzt nicht ganz so wie ich das geplant hatte wenn ich ehrlich bin ich habe keine Ich geh jetzt junglen was auch Ja, ich hab's gemerkt Und dann Torwart der Hohen Der Bloodseeker geht auch junglen, interessant Bleib ich auf der Länge WTF, auf was spart der, der 3600 Gold? Ist der dumm Wir haben jetzt drei Jungler im Spiel Nature's Prophet Doom Und Bloody Bloody Hell Bloody Na ja, Bloodseeker sollte halt mal sein dann Ja, der hat genug gejungle, der soll mal Platz machen für einen richtigen Carry Ich hab Mist Ah, der Deadly ist jetzt, Alter Jetzt kommt Ricky auch noch an Das war jetzt doof von mir Hast du dich jetzt wieder gestandet? Ja, bei der dieser... Oh Mann Alle laufen weg und irgendwelchen Scheiß hier Keine Ahnung, echt Das ist so ein Kackel Wieso drehst du mir den an? Ich hätte Troll Warlord spielen können Hä? Ich hab gar nichts gesagt Du hast gesagt, man nimm den Archimist Hä? Jetzt komm ich mir da aufnahme an Kann ich mich nicht dran erinnern Aber Archimist cool ist Vielleicht wenn ich das gesagt hab, dann wär der cool ist Und mega stark Und mega stark Ich kann ihn auch mega toll spielen Das hab ich nicht gesagt, dass du den gut spielen kannst Ich hab nur gesagt, der ist cool Hast den? Der ist schlimm, der ist so schlecht Du bist schlimm Merk dir das Ja, ich weiß Hat jetzt Platzig irgendetwas, damit ich... Ich hab keine Ahnung Okay, jetzt hat es sich Sacred Relict geauft gehabt Ich bin tot Und ich kann nicht überhaupt jungle? Hab ich den? Ne Oh, nein Hä? Ich hab Troll auch nie gesehen Wir haben ne Troll Ist die haben wir Troll Ja Ist ja cool Also cool nicht, aber wow Wo kommt die her? Ich bin tot ipp Zu viele Creeps, äh... Schuss, Plätziger. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Es hat mir mal Drodd getötetet. Oh, wow, wow, wow. Jetzt holt mich Riki! Bei Im Jungle, Alter! Echt? Keine Ahnung, vielleicht? Aaaaaah... Nichts kannst du hier noch nicht. dann meinst du im Jungle hast du mal ein bisschen Zeit Instant 2 3 Stats ich will mal wieder irgendetwas was ich spielen kann oh Manni und krieg nur noch kacken nur noch kacken jetzt geht er wieder zurück und ich kann nicht das geht mir gerade ab dann ist er durch oh Mann ich hasse Riki so stark ich hasse ihn einfach nur dann greif an irgendwo hier ist noch Riki also pass auf was kauf ich mir jetzt was kauf ich mir fast auf ging super gut Stun oder auch nicht ja ich hab geworfen aber der ist zu weit weg jetzt stand ich mich wieder selber ich hasse diesen Helden so stark ich hasse ihn einfach nie hast du schon mal erfolgreich gestunt? einmal hab ich bis jetzt gesehen 2-3 Mal schon aber oh ist warf ok ooooh ich komm mir jetzt den Tower scheiß egal wo das ist ich komm jetzt gerade also ihr wird aufpassen an deiner Stelle besser rein mhm wer besser war wer bissl ha bissle ha erfolgreich gestand ihr wixköpfe schade ach da ist ja Riki wo seid ihr denn? naja ich hab extra ne unsichtbarkeitskacke da gesetzt ja aber auf einmal wühle keiner da ich mach einfach nix hier mehr das ist ja wahnsinn das ist ja so lächerlich verging Riki erstmal ausgetrickst hier ha 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 hast du Riki so aussehen? ich hoffe mich? nee Riki mich? nee Riki oh der ist tot ja Riki ist home da 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 Plötzlich hast du gut gefarmt der Kerritons zu spielen der zerlegt einfach alles mittlerweile ja das ist gut ich zerleg gar nix das tut mir leid wenn ich jetzt wieder in den Jungle gehe dann hol mich Riki weg oh der kann er noch so ein Spei ja 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 genau genau wie Conan Aua Aua jetzt hab ich zum zweiten Mal in dem Spiel Drow gesehen Wahnsinn und ich hab das Gefühl dass Drow gut bis sehr gut gefarmt ist das ist das das ist das das ist das ja das ist die es sieht die 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 der das ist der 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 kurier Stryker runs missing middle from upland drood i ride come now rolling thunder there were only four roll where is our courier actually is there in nothing roll board from the top because the platzsieger took the whole time don't ask me why i don't know and i don't care your bottom tower has fallen someone is right to die alle nicht auf board gehört haben was macht der courier da also ich hab mir den kurier gerade geholt ich schick den jetzt auch wieder zurück ja mach das bitte Nein, aber dort eher wenig Sinn. Also ich würde sagen, das war eine gute Ult von mir, oder? Ich habe mir das einfach gesehen. Aber das gegnerische Team ist tot, also. Ich habe alle eingesperrt und habe alle gesilenced und schaden. Wir sind auch schön, weil wir uns okay. Man ist recht fast für einen fucking Fruster. Ich muss jetzt erstmal fahren. Du kannst doch ein bisschen Elchemist Support spielen, wenn du willst. Wir haben mehr Kills und trotzdem haben die... Gut, wir hatten bis jetzt halt noch keinen Teamfight, in dem Fall ist es mal knallhart überlegen. Erroben wir Nature's Prophet, keine Ahnung. Ich gehe trotzdem weg, sonst sterbe ich gleich. Der hat sich wieder weggeportet, der Feigeling. Jetzt kommen sie alle mit. Ach Gott, als ich dort im Ort gesetzt habe. Das ist jetzt natürlich blöd, dass ihr 3 gegen 5 gerade provoziert, aber na gut. Ihr solltet jetzt einfach schnell wegkommen, Top-Line und zu uns. Oh. Standby for action. Faster. Your middle tower is under attack. Barrier up. This will give you static. Rolling thunder. Die Prophecy is true. He is the chosen one. Gotten Himmer. Hinter uns ist noch irgendwo Riki, ne? Ja. Das ist richtig. Das ist Riki, nicht richtig. Oh. Da ist er. Oh, ist der Futter. Oh, dear. Your top tower has fallen. Advance. So. From Upland Druid I ride. Oh, naja. Gut. Riki ist irgendwo im Jungle. Vermutig. Rolling thunder. Magst du mal bei mir bleiben, oder? Ne. Ich kann auch nicht. Ich hab ihn. Oh, kriegst du ihn? Ach, du bist ein Witzboiled. Ja, ich krieg den. Ich bin ein scheiß Supporter. Weiß ich, was deiner kann. Supporten. Die kommt zu dir. Jetzt werden alle im Mitte dürfen. Oder auch nicht. Jetzt pippen wir in drei im Dschungel rum. Und lassen den Tauch einfach sterben. Ich hab keinen Lieben. Ich hab keinen Lieben. Ich hab keinen Mane. Mit deiner Ultry generierst du auch im Mane. Nacht. Die. Die. Ungefähr. 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 Und Leipzig. Oder oder. Jetzt kommt er. Ich hab einen Körnisch. Ich geh mal. oft werth ist ja das schon, werth schafft es ja, nein Toll, wieder gestorben, weil keine Sorge mit mir gegangen ist Erst suchen sie alle, dann gehen sie alle plötzlich junglen Ich bleib gleich in der Basis Das war doch mal ein gutes dann hier Ich hab mir gar nichts mehr gesehen Jetzt kommt da nur der blöde Ich gehe hier Oh, wieso kommst du so lang zu machen? Weil ich gestern bin irgendwie Ich stelle mich gleich selber und zwar jetzt Und jetzt ist es kräftig an Das war gar keine Textbildung Ja, ich hab aber auch nichts in meinem Ah doch hier Das ist scherlich Das ist scherlich Das ist scherlich Das ist scherlich Ich werde gleich sterben Aber ich kann Riki wenigstens schon mal entwaffnen Dann ist er wenigstens nicht mehr so stark Oh, da war ich ja, der Arsch Rampant! Ja, dann mach's mir die noch zu bringen Ich hab's gewinnt, ich bin schon drüber oder wait, don't know Dann hab ich auch keine offenen Wind Strider run! Also meine Ultregenerier-Mana Und leben Und leben Hm, okay Ich steh gleich wieder auf und stirb nochmal Und dann nochmal Und dann nochmal Hat er noch eins? Ach Leute Ne, das ist sorry aber, wenn ich tot wenn ich da reingehe Ich geh da nicht allein hin Ich hab's noch dreimal umgebracht Das ist geil Ich hab's noch dreimal umgebracht Das ist geil Echt geil Ach Leute Ich bin zu schlecht Ich muss mal gut in dem Spiel werden Das wäre saugeil Wenn er nicht mal besser in dem Spiel wäre Und wenn wir mal auf Platzsieger warten würden Ja schließlich der Geformte bei uns Hm Was ich jetzt gut Game of True Side gekauft Ne, das hab ich dem geschenkt Achso Sonst hätte keiner was gegen Regi gemacht Wie immer Nein, in falsche Taste Ja, dann hauen sie ab Ich hasse es Ich hasse diesen Stun Und zwar über alles Das ist das Schlimmste was das Spiel zu bieten hat Meins dann Ich versuche meine Scheibe Ich komm her Brauchen mich umh Der Triccu ist hier auch noch irgendwo Wir würden ihn sehen auf jeden Fall Das macht mich Angst Achso ja das ist echt echt voll not gut und so mit doppel und so ich bin so toll ich merke es schon ich sehne einfach jeden der dir zu nahe kommt das würdest du tun vielleicht ja außer ich sterbe selber dann ist natürlich scheiße das ist wirklich auf jeden fall mal drin du hast mich gar nicht gerecht und das game ist weg deswegen dachte ich dass es der scheiß gegen den weil er ist erst einmal ein sturm es ist das ist er noch eins kauf ich nicht dann verlieren wir halt excuse me bei der barren da und er hat das wort ist heute wieder alles und vier reihe bei dir haben das team in den pfeil zum bieten meistens so drei leute in den pfeil ich müsste eigentlich fahren wie ein blöder was muss wenn er nicht geht wer ist bei und zu peter nämlich noch keine items wieso war es eigentlich schweiß gegen dich oder zu uns gegangen und kommt zu kronen johann mittel kauer ist andere tag vielleicht hat er auch keine lust wieder und wieder zu sterben frage vor wenn es ist einfach gestorben das dreimal ist einmal dreimal gestorben ich würde so gehen schangeln geht doch ja dann beschwerst du dich wieder wieder betrunken in den pfeil m hier das habe ich bisher noch nicht einmal gesagt fliege vor durch die stürmer so m die stimmt auch wieder ich gehe jetzt nicht runter, wir sterben eh hier Platzieke wär halt hier ne, das wär halt Arschloch Das dann, pah Ohne Wichsköbber hier Sonnenagers Prophet, der glaubt auch dran Wie top ist denn der? Dann vier da Bleibt nur noch Trauer Hoffentlich will die nicht mich Oh jetzt pushen, jetzt pushen Guck mal, jetzt gut durch pushen und dann haben wir schon mal übers viel weg von den Wir werden gleich Trauer stehen Ja klar Oh jetzt Tauer Oh jetzt Tauer Ja Oh, falsche Tauer Ach Mensch, wieso drehen die sich immer im letzten Moment rum, ich versteh es nicht Hast du noch geworfen? Ja, Gott sei Dank Wir sind gleich wieder da, also Oh, das war ein guter Push, Alter, das war ein sau guter Push Oh nein Komm, einen noch Einen Turm noch Es ist schwer zu sehen, dass das alles als nur Adventist Den hatt ich schon mal auf Das machen wir fertig, oder? Wenn das natürlich ginge wär das natürlich der Hammer Der Hammer schlechthin, ey Der Hammer schlechthin, ey Hunderkamp, fire it's that way You just killed them by the back, smooth, smooth, smooth Lazyk ist weg Jetzt back Ich auch Alter Aber so knapp Nein Ah Das nächste Mal haben wir es Ja, wir sind viel Wissens Alter, das Ding ist schon kaputt Oh, der Race King ist noch Los, zurück Wir haben's, wir haben's Ich hab's gar nicht gesehen Gott, wir haben's Hä, wieso greift der Race King nicht an, ist der dumm? Mach doch das Ancient kaputt Nein, da stehen noch Creeps Da sieht der Vektor Da sieht der Vektor Das kriegste eh nicht Ja, aber ich hab ihn entwaffnet Ja, das prägt ja trotzdem nicht, wie du bist jetzt tot Yay Ich wollte immer schon sterben Alter, wie viel hat das Ding noch? Nichts Nehmt das jetzt von dir an Alter Oh, ich hab Geld Jetzt hab ich kein Geld 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 Kein Geld Wieso? Pusht Links Bot Und stirbt gleich Die haben nämlich ein Gem Wieso? Du bist glücklich, zu hören, dass der Vektor in der Unterkunft Aber Alter, wie wir das gepusht haben Einfach gepusht PUSH 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 Komm, wir hören nicht auf, wir machen noch ein Stück Platz Sieger What the fuck Ja, der Christian hat hier geschrieben Jo, herr Grüße aus Österreich Ich hätte gerne noch Mein Kabel ist rechargd So, jetzt ein guter Dev Und dann haben wir's. Jo. Der wär ich jetzt auch nicht zu überstürzen. Oben pushen wir's ja auch. Na nur natures. Na nur, der macht das gegen fast 100. Und was nichts wird machen. Wenn ich Drow entwaffne, dann können sie gar nicht mehr angreifen müssten. Ah, ich bin down, verdammt. Verdammte Angst. Obwohl, obwohl ja doch. Ah, was macht ihr denn? Das wird jetzt natürlich blöd, 2 gegen 5. Ah, die sind zum Glück so dumm in pushen grad nicht. Ich denke, es ist gleich wieder da. Wollen wir gleich wieder mit? Wir brauchen einfach nur ein Tief, halt nicht, dass wieder in der Hälfte rein rennt. Der Hälfte nicht. Dann haben wir irgendwas. Ah, der Tor ist weg. Ah, der Tor ist weg. Okay. Jetzt weiß ich von denen schon mal weg. Kannst du Gott treffen? Ja. Das, was geht das, was geht das, was geht das, was sagen wir mal weg, ich bin dann nicht mehr. 1, 2, 3, hier wir sind. Die Chance, Bremseung, zurück die ich! Expoes. Komm jetzt! So, 3 weg, Regie ist auch tot, aber der hat sich die Zeug gekauft, na mal. Das ist natürlich toll, dass ich gerade zu dritt pushen und die Plätze kann auch ein bisschen farmt aus Spaß, macht Sinn. Rez macht's fertig. Greif doch an, du stirbst doch sowieso, der hätte sich dann noch 2-3 Schläge drauf machen können. Wieso? Weitere wieder da ist. Der hätte das den Glocke alleine machen können, derzeit wo der jetzt gestorben ist, dumm. Jetzt kommt Platziger und stirbt auch. Macht echt Sinn, wir verlieren das noch. Alter, jetzt verpiss dich von dort an, sterbe jetzt nicht dumm. Jetzt kriegst du aber den Rest auch noch, oder? Oh. Glückwunsch. So ein Team. Wer wird das noch gewinnen, dann weiß ich auch nichts, kann alle einzeln sein, du auch. Wieso? Das ist am Ending. Ja, dann mach halt fertig. Das ist ja gerade fertig. Ich bin auf höchster Ebene. Ich hasse den Walchemisten, das ist ein ganz schlimmer Hell für mich. Genauso wie es lag. Ich kann einfach solche Dinge nicht spielen. Das lag ist auch cool. Alle die du cool findest, kann ich nicht spielen. Trotzdem sind sie cool. So, jetzt würde ich bis alle da sind. Nicht so wie Klingster wieder versucht, irgendwo was zu machen und stirbt. Oh, okay. Race King macht gerade was. Oh, wir haben gerade eingekirrt. Oh, Race King wollen wir noch mal wieder? Wir wollen hier noch, wenn ihr wenigstens warten würdet, bis das ich und Bloody wieder da sind. Und dann können wir gemeinsam pushen und dann schauen wir's. Wenn ihr warten würdet, kommen wir. Wer hat hier was von Warten gesagt? Hier wird nicht gewartet. Es wird jetzt zu Ende gemacht. Los geht, ruf! Los geht los! Los geht los! Kling, komm doch und mach mit kaputt und renn nicht weg du dummer Sack ey. Super. Oh! Und ein Feuer sieht den Tag, im riesigen Moment. Ich denke, dein Erfolg ist ein Testament zu meinem Mentor. Ich glaube aber, ich glaube ich dieses Team. Ich höre euch nicht. Ich war so schlecht, ich war so unglaublich, 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 unglaublich schlecht. Und ich bin erst Level, ich dachte, ich bin jetzt endlich Level 61. Und nix schlecht. Klingens muss ich bewerten, sonst passt die Herkunde gar nichts.